so nächster part hallo und herzlich willkommen zum nächsten part von last epoch dem let's play zu last epoch ja ein bisschen unterwegs mit dem schnellen Groot ja macht echt viel spaß hat irgendwas echt cooles ist jetzt nicht der bild den man jetzt wirklich erwartet aber mir macht es spaß es ist wirklich etwas außergewöhnliches man hat nicht viel zu tun also spiele ich jetzt nicht so der richtig tolle bild aber immer macht spaß und das ist die hauptsache man hat motivation weiter zu machen bei vielen bilds hat das ja irgendwie nicht so spieß leider noch nicht so auspolisierte so dass jetzt immer so viel spaß macht und dann bin ich glücklich jetzt in beta der wirklich sehr viel spaß macht er auch schnell geht weiss denn man muss nicht immer so lange warten bis die gegner da sind es wird alles weg rotzen oder? ja aber bitte so schiessen dass du auch triffst ja es ist sehr fun ja es ist sehr fun ja jeder gegner in sekunden da wieso nicht? ja und ähm jetzt bin ich auch schon wieder mehrere stunden dran äh hä? die brücke macht da eigentlich etwas falsches so hin kriegt es so ein wagericht dankeschön ah man gastet doch richtig so ja wer da noch nicht so kennt das brieken hat ja relativ langsame attack speed ich habe es mit einem ding verfünffacht also dass er 5 schiesst und ich kann ihn mit diesem endgangling roots schneller machen der totem kann ihn noch schneller machen und ähm ja er ist sehr viel stärker also er hat viele noten die ihn stärker macht vor allem zum beispiel wenn er bluten auslöst also wenn er nicht blutet macht er viel mehr schaden dann wenn er vergiftet ist macht er mehr schaden und ja wenn man jetzt zum beispiel die zwei totem also totems einsetzt und endgangling roots also er macht sehr viel schaden ich will jetzt ihn auch wieder so casten so ich treffe ihn nicht ich konnte ihn mit diesem endgangling roots nicht anvisieren also ich konnte den patch nicht drunter setzen naja wäre er viel schneller dann gewesen wenn es ging aber er hat sich irgendwie teleportiert mit diesem summons prinken ich weiß nicht wie er teleportiert wurde ein rock gewesen oder so etwas keine ahnung ja so also 8 4 auch fertig akt 5 auch fertig ok akt 6 kommt jetzt akt 7 wird vielleicht ein bisschen schwer werden aber da sind wir dann auch natürlich viel stärker und ja akt 8 wird wahrscheinlich leicht sein und die siege golems sind sekundendansinn bin ich immer glücklich das ist einfach crazy das ist einfach crazy ich hatte so viele probleme mit so vielen charakteren ich habe es einfach mal gebraucht ich habe es einfach mal gebraucht da muss ich auch schauen die Teile machen Fische an die bei uns nicht an die Armbruchschützen die ich habe das die 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 Oh, sehr schön. Ja, sieht schön aus. Na Groot, wie geht's dir? Hat dich schon gekillt? Also ich, mein Groot hat so schon sehr viel gekillt. Ja, das ist wieder toll typisch. Hm, bringen mir gar nichts. Nee, nicht mitnehmen. Ähm, wo muss ich hier hin? Ah ja hier oben. Genau. Global Poison Damage für mich oder für alle? Ich glaube ich für alle. Da. Ja, alle. Haha. Das war wichtig. Schön herumlaufen, also. Die Schuhe wären eigentlich nicht schlecht zu benutzen. Hier für den Minion Damage, aber... Ja, dafür sind wir uns auch ein bisschen zäh. Schön tot, dann. Heftig. Hallo. Das ist typisch spiel, wie der wieso... Er kennt das nicht, dass er in den Booten schießt. Okay. Hier ist irgendwas unsichtbares. Okay. Ja gut. Also eigentlich muss ich nur eins machen, und das kannst du zu einem Engeling-Geling-Root zu spammen. Mehr nicht. Die Gegner haben alle viel zu wenig Defensive. Das ist schön, wenn es zieh suchend ist. Aber wacht es ja nicht zu sein. Hehehe. Es ist halt sehr schlicht zieh suchend. So. Engang-Gelig-Gel-Rootz. Dann gibt es mehr Alice-Damage. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Noch mehr Attack-Speed. Yay! Es ist einfach so crazy. Es ist einfach der crazy speed. Jetzt komm mal hoch bitte. Ah. Also ohne Buff. Ja. Macht's auch irgendwie Spaß. Diese Zwischenräume. Rrrm. 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 Nein. Nicht falsch, Carsten. Komm jetzt hoch. Er hat keine Leerzeit mehr. Er kommt nicht mehr hoch. Also A drücken nützt nichts mehr. Jaaa. Der Bild muss noch ein bisschen defensiver sein. Damit ich solche Sachen ein bisschen entkräften kann. auch kommen kannst du. Aua. Aua. Das ist für mich ein bisschen besser. Mit anderen Bild habe ich nicht immer so Bock die Gegner zu killen. Aber mit diesem Bild habe ich eigentlich Bock die Gegner. Ja. den Key zu bekommen. Und das ist eigentlich cool. Weil ich weiß ja der Gegner braucht noch ein paar Sekunden. Ja. So. Hm. So. Das ist ja der erste Punkt. Hier in der Armour shred. Und das ist ja der erste Punkt. Das ist ja der erste Punkt. Jaaa. Es gibt sicher noch einiges zum verbessern. Gegen viele Gegner zum Beispiel. Also bis jetzt finde ich die Primalist-Totum zum schlechtesten. Ja gut, der hat geblutet. Dieses Video wird tausendmal besser. Oh, jetzt haben wir wieder ein paar mehr Bindens. Oh, auch stark. Ja, wir haben keine Chancen. Sertull. Hm. Ja. Ja. Ach, wie schön. Das ist wie ein roter Faden. Ach. Machen wir es manchmal ein bisschen warm. Das macht man gerne. Bisschen entspannen. Ja, kaste doch einfach mal auf ihm, wenn man schon draufklickt. Und das Ding wieder vorkastet, dann fühle ich mich verarscht. Das sind ja die Gegner sehr physisch assistent. Und irgendwie merkt man nichts davon. Ich bin mal gespannt, wieviel Schaden wir dann machen, wenn wir dann noch die zweite Ein-Campagnon-Ding hat vom Eastmaster. Ähm. Schon das richtig auswählen. Wäre ich 75% mehr Schaden. Das ist natürlich schon heftig. Ach ja. Wieso nicht? Ich bin aber da haben wir ein bisschen mehr. Ja, 12 Uhr 15. So, jetzt kommt wieder dieses tolle Gebiet mit den Schützen. Beim ersten Mal hatte ich hier riesen Probleme, beim zweiten Mal habe ich dann überhaupt keine Probleme gehabt. Ich weiß noch, Minions haben richtig schnell alles gekehlt. Damals war glaube ich der Feuerball, also der Feuermager, Necromancer, sehr schnell wieder gekehlt. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal habe ich dann irgendwie einen Feuermager gemacht. So ist er. Auf jeden Fall hatte ich dann keine Probleme. Das ist eigentlich nie ein Problem in diesem Gebiet gehabt. Außer mit ein paar Physical Beals ein bisschen länger gegangen bis die Gegner down waren. Da war es dann noch schneller. Ja, da war ich schnell da, ne? Ja. Dann zieh ich mal das mal rum. Ja. 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 4% Chance haben wir sie zu poison. Das ist so die Sache. Es bringen Casts and Gangling Roots. Wenn das jetzt genauso ist wie unser geskillter. Aber der hat eigentlich eigenen and Gangling Roots, weil sie ein anderes Vieh ist. Können wir nicht nutzen. So jetzt muss ich auf das setzen, also auf Gift setzen. Aber das blöde ist zum Beispiel das hier. Wieso? Poison Chance in melee. Wieso kann das nicht einfach global sein? Ganz viele Sachen wie zum Beispiel hier. Hier auch melee damage. Ich kann das nicht nutzen. Das ganze Avian, ein Shark, den kann ich nicht nutzen. Das ist das doofe. So eingegrenzt liebe Entwickler. Wo ist Avian? Was ist denn Aspect of the Avian? Ich weiß jetzt gar nicht wo das Aspect of the Avian ist. Gibt's das gar nicht? Gibt's das gar nicht? Gibt's das nur auf Idolen? Das ist eigentlich nur Avian Shield, aber nicht Aspect of the Avian. Okay. Schade. Also Crit könnte ich agieren. Ich muss einfach den Minion Ding immer nutzen. So, wie machen wir das jetzt auf? Es ist auf, okay. Mit Endgangling Roots diese Eisenzeile kaputt machen. Okay. Ja, das macht heute schon. Ja. Hm. Sonst ist nichts her. Ja. Jetzt heilig suchen. Hm. Ja. 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 Ich glaube es geht nicht anders, also es ist die schnellste Attacks Also Cast Speed von allen Zauber und so Minions geht nichts schneller Und je nach Idolen geht das natürlich dann auch viel schneller So du Feierstück, komm jetzt aufstehen Ah, der Arme wird die ganze Zeit in der Gefangenheit genommen, besiegt oder... Ah, das ist ein armes Tier Sehr schöne Position Toll, jetzt komme ich hier hin Danke Aber einfach viel zu große Sichtweite Hehehe Das da wird halt ein bisschen So, noch mehr Gift Ja, Torch of the Pondy Facts Dankeschön Ja, könnte noch besser rollen, ja das stimmt Ok, zufrieden Hm Ja, und... Ziemlich... Schnell... Ich brauche halt ein Bild zum Zusehen Er braucht schon ein bisschen Konzentration, um uns wirklich... Gut... Bereit zu sein Weil man kann ja mal in eine Gegnergruppe reinfallen und sterben Weil man... Nicht mehr casten kann So eine große... Ab... ähm... Cast... Länge Diesen... Spell einzusetzen Und wenn zu viele bei ihm sind, kann er nicht so gut... Ja, killen mehr Ich bin immer noch am Planen, ich weiß es nicht, aber... Ich bin immer noch am Planen, ich weiß es nicht, aber... Für mich ist er noch nicht so ready, also... Klar ist klar, was ich alles killen soll Und was nicht Die Sache ist ja eben... Ich muss halt defensiv werden Na der Minion, der ist schon genug defensiv, denke ich mal, für diese Gegend Aber... ähm... Es ist... Es ist halt schwer, äh... Zu optimieren Was ich eigentlich mache, ist die ganze Zeit aus Weil ich könnte zwar viel mehr casten Ich brauche halt dafür auch viel mehr Mana Also muss ich auch auf Mana schauen Aspect of the Fieber Aspect of the Fieber Many Chains Nehme ich mal mit Wagerschma Bosse sind halt sehr leicht Gegnergruppen sind nicht so leicht Aber im Allgemeinen ist er viel leichter als andere wird's Ich denke der Damage, der wird schon extrem hoch sein Nur eben, der Space hat nicht für Gruppen gemacht Das ist es... Er greift da auch immer wieder diese Landschaftsobjekte an Oh, diese Schaden von dem Rachen Jetzt gehen wir hier hin Ja, ich muss defensiv sein, sonst sterbe ich das erste Mal Immer noch Defless, ja Und ich spiele ja nie so unglaublich defensiv Das ist zu langweig Das ist zu langweig Ach, jetzt hast du wieder müssen Gas-Speed So, Level 40 Auch schon erreicht Noch mehr Gas-Speed Fieber Ja langsam ist er auch vergruben gut, denk ich mal. Geht nicht mehr lang. Habt ihr das gesehen? Wie der Maus hinterher geflogen sind. Oh Gott. Ja. Das Bild wird schon viel besser noch werden. Das ist klar. Aber immer diese schönen Grafikeffekte. Ich weiß nicht wieso dieser Bug da ist. Ich habe nichts gefunden um sie auszumachen. Liegt an der Engine glaube ich oder so. Liegt an meiner Grafikkarte oder so etwas. Also habe ich erst ein paar Patches. Muss noch mal ein bisschen besser nachschauen. Gibt da noch ein paar extra Einstellungen, die ich noch nicht gewählt habe. So. Zwei Minuten. Ein bisschen weniger. Ja. Ich werde den Charakter jetzt mal ein bisschen weiter zocken. ihn noch stärker machen. Und wenn wir dann ein bisschen weiter sind. Dann mache ich dann nochmals gerne drei, vier Parts. Das sind jetzt drei Parts mit dem Bild gewesen. Und ja. Sonst geht es einfach viel zu lange, bis ich den Beet gut oben habe. Ich muss ja sehr viel grinden. Das kann ich nur, wenn ich jetzt auch mal wieder eine kurze Zeigepause mache. Ich muss ihn weiter optimieren. Ich muss sehr viel wahrscheinlich reskillen. Aber gut. Er ist ja eigentlich schon sehr tanky bzw. er wird noch tanky. Ich muss halt mehr Skis einsetzen. Also momentan soll es ja nur ein Gangling Roots sein. Aber er macht noch viel mehr Schaden durch dieses Gift vom Toten. Ja ok, so macht er so viel Schaden. So macht er. Ja. So viel Schaden. Zusammen macht er unglaublichen Schaden. Dann kommt noch der Dawn Gold Totem. Ja. Sehr OP. Zuerst müssen wir die Gegner auch lange aushalten. Ich kann die anderen sogar nicht casten. Wenn ich sehe, der Gegner steht ja sowieso sofort. Das ist schon extrem ist das auch. Wenn man einfach nur ein oder zwei Skis einsetzen muss und fünf. Schon irgendwie komisch. So jetzt sind wir alles gespielt. Ok. Oh wow. So jetzt müssen wir schauen wo der letzte ist. Ich denke schon. So dann müssen wir sie wieder nach oben. Oder? Ah ist hier noch einer. Ja. So. Poison bleed on hit. Und jetzt. Hm. Ja. Okay. Okay. Gibt noch irgendwo einen. Ah jetzt ist er da. Okay. Da war er. Ah. Ich dachte es wäre nur einer. Und der ging auch sehr schnell. Der ging mit manchen Pilzen mega lange. So. Und dann denke ich mal so anfangs Akt 8 dann geht es wieder weiter im nächsten Part. Das Zwischenzeug muss ich natürlich nicht mehr zeigen. Also das habe ich jetzt eigentlich schon ein paar mal gezeigt. Ein Avalanche-Bolde. Also Avalanche ist ja diese Skill. Das ist ein Avalanche-Bolde. Gibt es da eine Skillung dazu? Wo man den Bolde auch machen kann? Aber das ist beides brauche ich nicht. Ich nehme solche Sachen nicht mehr mit, weil ich werde es wahrscheinlich nie ausprobieren können. So. Äh. Hm. Dein. So. Dann mal mit ein bisschen längerer Part. Aber. Das ist ja mehr und tiefer. YouTube eigentlich so langsam ein bisschen wieder egal. War so einige Zeit mega lange. Nicht durchführbar. Also das Hochladen auch 30 Minuten viel viel länger dauert. Und auch stehen geblieben ist bei der Überverarbeitung und so. Und das ist ja nicht mehr so. Und deshalb ist es mir nicht mehr so wichtig. Unter 30 Minuten zu bleiben. So. 32en Quiz-Attack-Speed. Ja. In dem Movement-Speed auch sehr hoch. Geil. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss. I'm coups. See you soon.